Der Startschuss für den 50. Altenstaater Farsing zum Zug ist gefallen. Allen voran im Jubiläumswagen Gründer Vater Robert Kramer. Angeführt wird der Jubiläumsumzug von den Altenstaater Narrenzünsten. Hier sind sie unter eurer Käserlelle zu sehen. Gefolgt vom fröhlichen Rassel in der Altenstaater Schellerfegl, die seit mehr als 40 Jahren am Umzug teilnehmen. Eine lustige Fahrt im Rundkesöl. Wenn es schwindet nicht, was er selber schüttt. Ja, ja, ja. Komm mit den Hubschrassen, den anderen aus. Das ist zu wenigstens. Wenn doch noch nicht, habe ich die Altenstaater Schellerfegl. Die Altenstaater Schellerfegl. Musik Komm Gäste, beim alter, satter Fahrzeugkopfdruck ist der illegale Fahrzeugkaufer Musik Und jetzt alle! Der Propeller Der Propeller